Rout A, Türkisch Mafia B. Junge, du bist der Beste, Alter. Deswegen gehe ich für die Sterben an. Hey Freunde, wir sind hier gerade am letzten Tag der Dream Egg. Semi-Final, Halbfinale gegen unsere Freunde aus Heroic aus Denmark. Wir sind hier gerade vor der ersten Map. Die Messe wurden gerade gewählt, das sind Overpass, Inferno und New. Genau so haben wir es eigentlich erwartet. Wir sind eigentlich relativ gut vorbereitet, so viel es ging. Es sind guter Dinge, wir haben echt gut trainiert. Und hoffen, dass wir das, was wir am Freitag abrufen können, auch nochmal abrufen können. Und ich bin ein bisschen aufgeregt und hoffe, dass die Jungs genauso spielen wie am Freitag. Und dann werden wir auf jeden Fall das Finale schaffen. Der Abend gestern war, wir waren am Ende auf der Red Bull Party. Ganz kurz, wirklich 20, 30 Minuten, einfach nur nochmal dahin gegangen. Danach wussten wir auch genau, wer der Gegner ist. Haben uns dann nochmal hingesetzt. Die Herausforderungen zum Beispiel haben uns Sachen angeguckt. Tobi hat sich viele Sachen angeguckt. Heute Morgen wurde es präsentiert. Und ja, wir haben ein paar gute Reads, wir haben ein paar gute Runden. Und hoffen, dass es alles so klappen wird. Und ja, dann schaffen wir auch das Finale am Ende. Wir haben einen hollen Runden. Kann ich mich mal vorne zeigen? Warte mal. Da busben wir hier. Warte. Und einer am Spot. Da ist immer noch close. Noch close. Da ist immer noch close. Da ist immer noch close. Boden, ich denke. Golden, I think. Ich bin mit dir. No, 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 no. Bank, bank, bank. Was ist der? Nein, das war der. Panting? I have behind. Nice! Sick Chunk. Calm down guys, really sick. Just calm down. Guys, it was a really fucking good half. It was an amazing man. We had a really rough start. We lost many rounds. But we always keep heads high. And we were always in the game. It was really rough and you came really nice back. Now it felt for me like break again. We had all the overview. Even when you said we didn't go out long as reaction after that. But still we took our time. Everything controlled. Sick guys. Really really good boys. Now our good side starts. Route A. Turkish Mafia B. Alaikum Salaam. Alaikum Salaam. Moza Klaus. Nice! One is Moza Klaus. Moza. We have a pillar. One is me. Nice! Yeah, yeah. It's fine. We have it. You are the best man. That's why I'm going to die. Very good boys. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. Nice! 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 It's fucking amazing man. It's a good guy. Nice. I love you brother. Haha. Fucking good. He's AK. He's AK. Yeah, he's AK. One underground. One underground. Can you jump? We will play round. Bring it. Under, there's thief. Under. Contact under. Boosting attacks first. You MIDDOMOUS SPAMENT. There's no weapon. We don't have passwords. Don't break down on the canal. Powthird, we can playобрuts up. Can you see anything? No, nothing. I have a flash. I'm going to die. We'll flash over you Nils. Let's catch them. Who? Nice man! Er wird die erste Mark I-Giant-Step in die Finale geteilt. Alle hier? Ja, niemand hört. Okay, so, wir müssen kurz was sie gemacht haben. Man kann sie einfach nur den Atake mit 1 Volt Smokern, jetzt das Smart Astralis. Man kann nur Smart Astralis spielen, wenn jemand einen Flasch holt, und man kann nur den richtigen Flasch fangen. Es sieht aus, dass sie einen CT-Gamepanen haben. Sie hatten eine skripte CT-Setup. Aber ich will das, 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 das. Okay, be aware of das. Sie hatten eine Rotation mit Cadian. Untergrund. Dann sagten Sie, dass die Außen vielleicht clean oder weck ist. Ja, und dann haben sie einen. Ja, ich meine, das ist der Style. Ja, das ist der Style. Ja, das ist der Style. Ja, das ist der Style. Es kann immer sein, wo man ihn nicht erwartet hat. Wir spielen nur unseren Style. Ich liebe es, Leute. Also, zum Beispiel in Avanga. Wir hatten 10 HP. Alles war cool. Keiner panik. Hey, ja, kann ich mich da? Nein, nein, nein. Chill, chill, chill. Wir gehen hoch. Und kill, kill, kill. Sehr einfach. Das ist so, wie wir in Inferno 2 spielen. Ja. Und wir spielen unseren Style. Nils. Nils. Ja. Aber gestern, zum Beispiel, haben wir mit dem Spiel begonnen. Ja, wir spielen. Ja, natürlich. Wir spielen. Aber was machen sie gegen ihn? Highten. Setbacks. Barrels. Holes. Und dann haben wir noch Zeit. Ja. Aber dann ist er schon in. Und dann sind wir in. Oh. Ja, okay. Nein, nein, nein. Keine. Einfach. Wir gehen rein und machen Dreck. Ich habe drei Haizen, diese scheiß Sandbags. Oder so? Ja, ein Molo. Ja, ein Molo. Ein, zwei, eins, go. Arve, maybe. Das ist schon mal mehr Zeit. Go back, go back. Go back, B. Hier gefärbt mich gut. Boom. Tick, tick, tick. Tick, tick. Tick, kill. Halt. 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 Nye. Halt. 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 Nye Faith and scientist. Halt. 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 He's kept alive and he's got an AK-47. Speak of the man. Winnipeed, winnipeed, winnipeed. Nice man! Nice! Nice! Da hat's doch ein 85er Nate gescheitert, oder? Nice, Alter. Genauso ficken wir sie, wie im Prack, Alter. Knife ihn doch letztes Mal. Hey, we do double-close-Apps. Auf dem Balkon ist es okay? Auf dem Balkon haben sie zwei Leute. Probierlich machen sie das gegen Nord. Und wir brauchen den Fiedel. Ja, er steht einfach nur EBS-Core, und ich bin hier steppig. Okay. Ja, du f*** sie. Wo soll ich stehen? Sie machen Nord, sie haben keine Chance. Mach was du willst, Kollege. Ich hab auf jeden Fall eine Flash für dich lang. Ja, okay. Ein Mittel-AVP. Mach mal jetzt. Ja. Wir enden die Banane mit der unteren Banane unten, ja? Ja. Das war nicht schwierig. Im vor. Langsam, langsam. Ohne Flash. Mach gleich Granatenzauern. Nizza, geh mal rum. Drei, zwei, eins. Ja. Ich nähe immer dahinter. Hucke tief. pick real quick um und laschen ihn von,arte. Bass vic was. Raps. Be careful, hab ich reckle noch. Ja, reflections oder lateral hoch. íssomePerformance stabilität. Ursache, facilität nicht. 3-IGorts stabilität. Ja, infohl敵. Holmen ab suppress dich. Da befindet sich muss ich nicht. Ich hab mich auf Pear compromise gestorben, ein Transm secondly. In Website bereit fract. Der Air activion geht offen sind low. Wir haben einen Blatt ruhig, wir gehen dann sofort hin. Mein Hauspakt! Ich hab ihn voll. Geht das? Das ist Hamburg. Nooo! Ich füße den Mist hier. Wir gehen hier in zwei Linien. Die leften ist weg, die rechts ist renegade. Ich halte die Liste. Ich halte drei Sekunden. Wir können in fronten einladen in fronten. Wir haben Mousepakt. Wir haben Noxie-Tick, die wir in meinem Fakimobis. Wir haben Zerg-Hustlein. Wir haben Ragnar 13, die wir in Blanket. A Smoker-Nade geht auf der Katwalk. Er ist der, der ist der Stärz. Der Stärz oder Tess? Er hat BMS. 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 Er hat BMS-On Product. Er hat BMS. Ich habe C-1. guck an. Putz Edward! Er hat BMS. Er hat Bellin. Er schridge. WEBs Kraut. Er geht ja nicht alleine. Das ist ein leichter. Wer betreibt nochmal Dshooterillanger. Der Person ist auf jeden Fall. D Geoffee ist auf jeden Fall. Ich würde aber, dort auftauchen. Ab und ab und ab. Das ist weg, ich glaube, ich glaube nicht mehr. Nice, man. Genau so, man! Genau so, man! Ja, ich droppe dich kurz. Mag10, wir spielen Vega, Smokes, Beastpit. Dann, let's go Doublelabs. Wir spielen jetzt schön langsam. Ja, wie unsere Smokes-Publie. Molle mal kurz, Nils. Dann, pretend mal, du gehst kurz. Geh auch mal kurz vor und mach gleich Eli-Smoke, wenn die Top-Con-Smoke gefährdet ist. Wir splitten A, ja? Wir go split A from A-Apps, after. Can, you bait me a lot, okay? Ja, jetzt peak mach ich schon B auch ruhig. Such mal das Duell. Nice, genau so. Wie heißt Langens 4? Ich habe Kitch-Flag, warte, warte, warte. Bitte? CT? We check one more thing here? Molle-Ramp? Ramp, Ramp, Ramp! Out-Ramp, he doesn't smack you, Can. Ja! Genau so! Ja! Woohoo! I've never seen such a round. That was insane, man. Genau so, Alter! Genau so! TC richtig gut, Junge. Calm down, ey, guys. Best round ever. No joke. Chill out now, okay? TC, drop me quick. Go big! Go big! Go big! Go big! Go big! Now again, we flash, yeah? Now it starts again. How do they build up? How do they build up? How do they build up? Just think about everything. How do they build up? What do we have? All the setups we need, yeah? And I love you boys, man. You know that? Junge, wir spielen übertrieben krass, Alter. Wir spielen so krass, Alter. Ey, dieser eine Call, den werden wir einrahmen. Er hat mich geflasht. Ein Molo Default. We have flashed. Warte, Flash kommt vor dich. Coming. Boom. Default in Apex. Ein E-Apps. No. Apex in Default. Default, 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 Default. Nice, mein Floor! Genau so, Alter. Was ein geiler Support-Floor! Junge, wir die Gold waren, du hast die gehen so... Richtig geil, Mann. Richtig geil, Alter. Ja! 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 Jan, Smug E-Apps, ja! Okay! Smug E-Apps, weg! Es ist gemolot, es ist gemolot! Fluch! Es ist das, abgeduldig! Haupt, wir da! Ich flashe gleich in ein Rückkehr. Es ist auch beide! Flashe alt, go! Up die Afs! I am left, I am left, I am on left! I am on left, okay! KK! Nice, D-Z-U, du bist so krass, Alter! Wuhuhuuu! Was ist ein Render von Deutschland, Alter? Haha! Ein New Job! Nice man! Geil, das ist auch! Flash aber Kon rein! Was? Boom! Wir haben's! Wir haben's! Wir haben's! Der Bop! Ich sehe nur an der Ecke, pass auf! Ja! Nein! Ja! Stuttgart gefällt. 你只met sie auf einen Aus olleren. Stuttgart! 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 Ja,班 disciples sind Flותgeleer Trefon ist auf einer anderen Simpel Law. Unsenibilch complimentiert für Mauta. In the mind of Sicko. Tabson with another kill. A crisp one down. He's gone and he even flicked. Hello Tabson, welcome to Dust2. Has smoke to try and work with, but Searson's having none of that. And they already know that there's a second member here, up close. So they use the utility, completely sanction him off from the rest of his team. But it's all about the kills, and Hats will find no more. A single point of health is the difference. And Searson's Molotov catches Sicko on his fallback. Could have died to a single bullet, Malta goes down right after. And that's huge as well, because you could see how the site was compromised. Sure, Searson still had full health on the AWP, but Tabson just won HP. He continues to just jump spawn and deal damage. Tabson gets it through the box. Hoping, hopping, and Sicko. Nothing more. That's big with 2 in a row. That's nuts, yeah. And again, when it comes down to the 2v2, they play it well. There was a situation, the Tees could win. Tabson was the one in the most precarious position, but he does so much from the low ground. So fast, you don't even see the flick in Kido. He loves these tools, and he'll go for the spray. Easy headshot for him. Sicko, best he could do is trade. Kido can't do that. All three players above 20 frags now. They've lost the player immediately, and these Tees, they can smell victory. So they do force the injury. Xanteras charging up into the tunnel. Praise down, three bodies. And Malta, one versus five for the Deagle. You have no chance. Big have done it. They've taken it by Thor. They charge their way into the... It's so big! Fancy shoes, and a ton of taboo's and pain. When the cold gets, you're at a time. You're a power, you better ain't. Don't get in line. Stardom. I'll start her body. When they look in, I know I've been faithful even again. Don't forget the way you paralyze it. You saved the game. Oh, it's a lot to take in. It's a time, don't know where to don't arrive. Woo! Don't be scared to win away, paralyze God! 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 Das war's für heute. Das war's für heute.